Leute, wir sind nur noch 50.000 Abonnenten entfernt von den 300.000. Alles worum ich euch bitte ist, like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Es würde mir sehr helfen. Danke. Was geht, Maskeet-Banana-Gang? Ich hoffe ihr habt genug Wasser gegessen. Ihr wisst ja bestimmt, ich hab nicht immer die besten Videoideen. Das stimmt! Sei du mal leise, Keksi, Alter. Ich habe ja meine Nummer veröffentlicht und es haben mich so viele von euch angerufen. Uff, Alter. Jetzt hab ich mir gedacht, werden wir nach jedem Tod Zuschauer anrufen und denen den kommenden Battle Pass Season 3 schenken. Mal gucken, wie sie reagieren werden. Bereit? 3, 2, Zeig! Leute, tragt bitte meinen Creator-Code Brexis-YT im Itemshop ein. Denn ich habe gehört, wenn du das machst, bist du absolut ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Schreib mir in die Kommentare, was mit dir passiert ist. Die erste Runde. Ich bin so... Oh, die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, die schlagen sich. Komm schon, ja, Mann. Ey, was machst du denn da? Ach, du Heilige. Ey, warte, da ist einer. Da kommt einer. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Mann. Der guckt doch da auf mich. Der hat was Goldenes. Ach, das ist ein Auge. Kennt ihr das? Ihr seht was Goldenes, ihr wollt da direkt hin, Alter. Boom-Jakalaka. Oh, da ist einer. Chill, chill, chill. Ui, 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 ui. Der hat mich richtig erschrocken, Alter. Ich glaube, wir schauen uns die Lage mal von hier oben an. Und? Oh, da ist noch einer. Oh mein Gott. Oh, baue doch nicht zu. Hey, der haut einfach ab. Er ist gegen den Baum geflogen. Okay, ich auch. Ich vollidiot. Ich vollidiot. Wo ist denn der? Oh mein Gott, er macht ernst. Oh, oh. Brexit, streng dich an. Oh, oh, er schießt runter. Ich hasse Menschen, die runterschießen. Geh weg. Wo ist er? Was macht er da? Der wollte mich runterschießen. Hey, du. Oh Mann, ey. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Ich würde sie bitten, den Helikopter zu verlassen. Runter. Was up, fuckers? Oh mein Gott, er kommt. Das war Spaß. Flieg weg mit dem Heli. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, geh weg. Ey, das war Spaß, Bro. Ich hasse mein Leben. Okay, wir rufen den Ersten an. Ja. So, Leute. Ich würde sagen, wir suchen uns den ersten Gewinner. Ich aus, dafür gehe ich einfach mal in WhatsApp rein. Ihr habt mir so viele Nachrichten geschrieben, ne? Ich würde sagen, wir machen das per Zufall. Prinzip 3, 2, 1, hier. So. Da rufen wir einfach mal an. Oh, ich glaube tatsächlich, ich weiß jetzt nicht. Ist das ein Sie oder ein Er? Das weiß ich nicht. Oh, ich muss Latsch mich einfach machen. Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo? Hallo? Ja? Haben Sie vielleicht eine Pizza bestellt? Nee. Nein, sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Äh, ich glaube, weil ich habe hier stehen, dass Sie nämlich eine Brexit-Pizza bestellt haben. Ist das so korrekt? Nein. Wissen Sie denn, wer ich bin? Ja. Wer bin ich denn? Brexit? Ja, genau. Was geht? Tafin, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so ein Riesenfan von Ihnen. Na ja, du kannst mich ruhig duzen, alles gut, danke schön, danke. Du hast jetzt die Möglichkeit, den neuen Battle Pass, der rauskommen wird, von mir zu gewinnen. Du musst mir nur eine Frage beantworten. Ich gebe dir gleich drei Antwortmöglichkeiten und dann musst du einfach nur darauf antworten. Das ist ganz einfach. Was ist 450 Milliarden, 354 Millionen, 420.411 mal 2? Du bist so dumm, das hasse ich an dir, aber irgendwie zu süß, weil. A. Ich habe keine Ahnung. B. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oder C. Crater Code Brexit YT. A, B oder C? Und die Antwort ist richtig. So, du hast gewonnen. Also, ich würde jetzt einfach sagen, du schreibst mir in WhatsApp jetzt deine Epic Games ID. Ich adde dich und wenn dann die neue Season rauskommt, schenke ich sie dir einfach, okay? Wie wäre es damit? Ja. Machen wir das so? Ja. Gut, und danke für deinen Support, ja? Vielen, vielen Dank. Bitte. Alles klar, ciao, ciao. Ciao, komm. So, die war doch mal ganz nett. Die war doch mal ganz nett. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und sehen uns gleich wieder. Die erste Gewinnerin steht fest und ich brauche erstmal eine Waffe. So. Oha, oha. Okay, den ersten Kill haben wir schon mal. Machen wir mal weiter. Wer fightet hier ohne mich? Hallo. Oh, fuck, what am I doing? Ich habe seinen Kill geklaut. Nein. Wo, 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 da ist hier einer. Hä? Wo ist er? Ach, da bist du. Du hast dich einfach hier hinter versteckt. Du kleiner Limmel, du. So, mach doch mal jetzt auf hier, bitte. Hallo. So. Marvin 0612. Es tut mir wirklich leid, ja? Es tut mir wirklich leid. Oh, oh, da ist einer. Was macht der da? Er hat mich ge... Was? Oh, Mann. Wow. Meine Güte, warte doch mal ganz kurz, bitte. Ach, oh, Mann. Aha. Oh, 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 oh. Natürlich. Natürlich. So, ich würde sagen, wir suchen uns den nächsten Gewinner einfach mal aus. Wir scrollen hier runter. 3, 2, 1, stopp. Und rufen direkt mal an. Mal gucken, ob er rangeht. Er oder sie. Keine Ahnung. Ja, hi. Ey, jo, hi. Ab wie viel Likes soll ich mich zeigen? Sag schnell, sag schnell. Äh, ich sag dir ab 50.000. 50.000. Ab 50.000 Likes. Habt ihr gehört, Community? Das schafft ihr doch easy. Ab 50.000 Likes zeige ich mich. Ja. So, da ruft ich gerade noch eine an. Ist aber nicht schlimm. Du kannst folgendes. Du kannst jetzt gleich einen Döner und den Season 3 neuen Battle Pass, der rauskommen wird, gewinnen. Und wie soll ich das machen? Alles, was du dafür tun musst, ist mir eine Frage beantworten. Die muss aber natürlich richtig sein. Bist du bereit? Ja. Bist du angeschnallt? Nein. So, was schmeckt besser? Döner oder McDonalds? Döner oder McDonalds? Die Antwort ist leider falsch, aber du hast trotzdem den Battle Pass gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Der jetzt rauskommen wird, ne? Kein Problem. Du schreibst mir jetzt einfach mal bitte deinen Epic Games Namen hier in WhatsApp. Ich adde dich und wenn der Season Battle Pass dann rauskommt, also der neue, dann werde ich dir den einfach schenken, okay? Kein Problem, Mann. Danke für deinen Support. Welchen Creator Code habe ich? Sag schnell. Ehrenmann, ich küsse dein Herz. Also, pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns. Ich habe richtig gute Laune, Alter. Hey, na? Noch einer. Oh, das ist ein Losti. Losti. Was geht ab, Losti? Hier ist irgendwo einer. Hier ist irgendwo einer. Da ist er. Nein, 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 nein. Nicht Appawn, nicht Appawn. Komm zurück. Oh, nein Gott. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Ui, 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 ui. Hier macht einer ernst. Hier macht einer ernst. Komm zurück. Du bist low. One hit. One hit. Ach. Ich habe keine Mets mehr. GG. Natürlich habe ich keine Mets mehr. Natürlich. Hä? Hä, wie habe ich den denn gerade geholt? So, dich haben wir jetzt auch einmal ganz kurz geholt. Und? Was geht ab? Oh, oh. Da ist einer. Da ist einer. Guck. Oh mein Gott. Etwas Goldenes. Da muss ich hinpushen, Alter. Und 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich bin einfach die beste Sniper. Ich bin's einfach. Und? Oh, what? So, Leute. Ich würde sagen, wir rufen jetzt den Nächsten an. Ich würde einfach mal den hier sagen. Und los geht's. Wunderschönen guten Tag. Hier ist das Gottesdienst. Oh mein Gott. Richtig? Bist du? Äh. Nein, nein, nein. Nein, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Wannabe. Hä? Nein, ich bin das oder die Stimme. Oh mein Gott, ich habe jedes Deine Videos angeguckt. Oh mein Gott, ich glaubte es gerade gar nicht. Oh mein Gott, ich hab ja flasen gehen, aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaubte es gerade gar nicht. Ehrenmann. Ich hab ja das Biss. Ehrenmann. Ey, danke für deinen Support, ja? Du bist heftig. So, warte, 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 bevor du hier ausrastest und schwitzt. Ja? Du kannst heute, jetzt sofort, ne? Also nicht jetzt, aber wenn der neue Battle Pass rauskommt, kannst du den neuen Battle Pass jetzt hier gewinnen. Echt? Ja, echt? So, alles was du machen musst, ist mir eine Frage zu beantworten. Hast du genug Wasser gegessen? Ja. Dann kommen wir jetzt zu deiner Frage. Was ist 480.352.311 plus 2? Die Antwort ist natürlich richtig. Die Antwort ist richtig. Du hast, natürlich hast du den Battle Pass gewonnen. Egal was du jetzt gesagt hast. Ja, wirklich, du hast den Battle Pass gewonnen. Also, du gibst mir jetzt bitte, also du schreibst mir jetzt in WhatsApp deinen Epic Games ID. Ich werde dich dann adden. Und nochmal, damit du Bescheid weißt. Okay, dann machen wir das so. Danke fürs Mitmachen. Danke für deinen krassen Support. Und mach's gut, ja? Hey, 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 hau, hopp. Das ist meine Kiste hier. Geh weg. So, jetzt komm her. Du wolltest meine Kiste wegnehmen? Du bist so ein dummer Spasti, Alter. Niemand nimmt Brax's Kiste weg. Haben wir uns hier verstanden? So. Wey, yo. Ey, das Midas. Und der richtige Midas. Oh, die Jommie Gun. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, real talk. Es leben nur noch 10 Leute. Nur noch 9. Hä? Sind alle hier gelandet, oder was? Die Sniper da oben geht mir so auf den Sack. Nimm das, Junge. Oh mein Gott. Alter. Nein, 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 nein. Ich bin low. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, nein, ich muss in die Zone. Oh mein Gott. Das Junge. Oh mein Gott, Alter. Aber der hat kein Heal, nur Blue Shield. Mann. Ich kann die Runde gewinnen, wenn ich keinen Fehler mache. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und mal raus. Nein, schieß nicht auf meine Sachen. Hä? Meine Maus geht nicht. Meine Maus geht nicht. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Überraschung an alle meine Zuschauer, die dieses Video hier gesehen haben. Ich werde den letzten Battle Pass auf Instagram verlosen. Das heißt, du musst mir lediglich auf Instagram folgen und mir eine private Nachricht schreiben, indem du mir sagst, wie viel Wasser du gegessen hast. Das ist ganz einfach, auf Instagram folgen, mir eine private Nachricht schreiben, wie viel Wasser du gegessen hast. Und mit ein wenig Glück erhältst du den neuen Season Pass von mir. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.